ja meine freundin damit ein herzliches willkommen zurück zuletzt mittlerweile wieder im lager und habe mir meinen hut mal wieder angezogen und jetzt werden was willst du von mir jetzt werden wir mal die mission weitermachen gut ich brauche mich gerade erschrocken spruch ein pferd ich glaube das ist ja noch im lager sehr gut sei dort ist noch im lager ja das ist ja 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 all this upheaval can't have been easy on the poor kid why because i'm your preferred nursemaid because he likes you and well you know his father's useless okay thank you okay so begib dich zu jack ich muss mal gucken wo das andere wo das pferd wieder ist da hinten da schmeiße ach da ist ja auch mein pferd wieder so kann ich nie aufsteigen hallo wieso kann ich nicht aufsteigen die ich will aufsteigen halt ihr mich verarscht ja da ist er doch jack come fishing with me it's about time that you started during your cake okay good let's go get your pole and now you do have a fishing pole don't you steig auf dein pferd jetzt weiß ich auch warum ich nicht gerade eben nicht aufsteigen konnte ich empfinde das spiel als sehr sehr leise und ich habe keine ahnung obwohl die sound einstellung komplett voll sind vielleicht sind die ja im video lauter als ich sie hier habe keine ahnung da sind ein paar andere women ich glaube was 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 i'm just talking silly been a tough few weeks up in that snow i like the snow yes but not like that when are we going back to the other camp the one near blackwater yeah well we're not this is our spot for now anyway why i forgot a storybook there we left so quick well i'm sure someone can get you another storybook anfrage protocol aktualisiert bei wir zu rufen so angeht gegenstände da heute tab gedrückt um das köderrad aufzurufen käse nicht wirklich weiß ich kann nur käse auswählen die kleinere fische wie stein und blaue sandbarsch an ok käse nun we do now jack wait for a fish take the bait how do I know when I got a bite well if you feel the tip of your fishing rod just twitching don Yankee yeah that just means one's nimblet that's a fish go for the bait so yank hard habe ich jetzt einen oder nicht drücke eher ich ich hab ich hab ich hab ich hab ich weiß nicht also fischen ist nicht so mein hobby ich 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 drücke ja kommt denn einmal den haben wir den haben wir den haben wir kommen jawohl sauber wir haben fisch ok ja 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 Aber dann, etwas passiert. Du kannst Essen für Tage bekommen. Oh, wirklich? Wenn du Glück bist. Aber bis dahin, du bist... ...sit und warten... ... und versuchen nicht zu wehren. Es ist gut für dich. Es ist gut für dich? Ich denke. Da, du hast ihn! Okay, wir haben einen zweiten Fisch. Den kriegen wir, den kriegen wir. Den haben wir. Was haben wir jetzt? Ja, super! Weilen wir! Was Danny alles in seiner Tasche verstauen kann. Was ist das? Was? Das Kleine habe ich. Kleine? Für Mama. Natürlich. Wie ein guter junger Mann. Und in so complexe circumstances. Arthur, ist es nicht? Arthur Morgan? Wer bist du? Ja, Arthur Morgan. Van der Linde. Van der Linde's most trusted associate. You read the files. Typical case. Orphan street kid seduced by that maniac's silver tongue and matures into a degenerate murderer. Agent Milton. Agent Ross. Pinkerton detective agency. Seconded to the United States government. Nice to finally meet. We know a lot about you. You're a wanted man, Mr. Morgan. Five thousand dollars for your head alone. Five thousand dollars? For me? Can I turn myself in? We want van der Linde. Old Dutch. I haven't seen him for months. That so? Because I heard a guy fitting his description robbed a train belonging to Leviticus Cornwall up near Granite Pass. Oh, ain't that a little old-fashioned nowadays? Apparently not. Listen. This is my offer, Mr. Morgan. Bring in van der Linde, and you have my word you won't swing. Oh, I ain't gonna swing anyways, eh, Gentile? Milton. You see, I haven't done anything wrong. Aside from not playing the games to your rules. Spare me the philosophy lesson. I've already heard it from Mac Callender. Mac Callender? He was pretty shot up by the time I got to him. So really, it was more of a mercy killing. Slow, but merciful. You enjoy being a rich man's toy, do you? I enjoy society, flaws and all. You people venerate savagery, and you will die. Savagely. All of you. Oh, we're all gonna die, Agent. Some of us sooner than others. Good day, Mr. Morgan. Goodbye. Enjoy your fishing, kid. While you still can. Who are they? No one to worry about. No one at all. Come on. Let's pick up your things and get home. It's getting late, Jack. You might be worried. Okay. Mhm. Dann wollen wir mal zurück reiten. Oh. Alle, hopp. So, dann kannst du ja wieder zum Lager gehen. Well, well. Was sagen sie über Matt? Ist er in der Kirche? Nein, ich glaube nicht. Ich hoffe, dass er gut findet, wo er ist. Wie ich gesagt habe, nicht mehr über sie. Der Welt ist voll von Menschen verständigen Menschen. Das ist deshalb haben wir alle uns. Wir schützen dich. Die Leute wie sie. Wie ist diese Knappe? Du hast es noch nicht? Ja, ich habe es. Du liebst Fischen? Es war... Okay, ich denke. Es ist viel zu warten. Ja, es ist. Okay, man sollte nicht reiten und gleichzeitig aufs Handy gucken. Das kommt nicht gut. Und... ... 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 Don't be playing coy with me, son. It's unbecoming. That bloody train you and him has set up. What you're doing out here, you're going to need guns. You're going to need men. Oh, that. So Marston told you, it ain't a big show. I need calmness. If I take you, I might as well bring Macca along. Compare me to that oily turd again. You're a dead man. Fair enough. Anyway, Arthur, what's your problem with me? In fact, don't tell me. I already know you are threatened by me. Threatened by you. Yeah, my youthful vigor. It intimidates you. Does it? It's a story as old as the hills. The changing of the guard, the fading of the light. You're toast, old man. Okay. And what are you? I'm the future in all its glory. Well, good luck. Good luck and shut up. I want to get some rest before nightfall. Wake up, you lazy son. What are you doing here, kid? I'm coming, John. On the job. I said you weren't coming. Yeah, well, Arthur says I am. And it's his party, boy. So come on, let's go. Me and the big cheeses love it. Can't wait to slit some bastard's throat. You sure about this? No. So, dann wollen wir mal. Oh, da ist ja noch Dings. Die Markierung an. Die machen wir aber mal weg. They should follow on behind us. You find a good spot, Wolfman? Yeah. Follow the trail southwest. There's a spot that's remote, but should still give them enough time to spot the oil wagon. They see this block in the tracks. They'll stop soon enough. Apparently, it picks up 15 guards at the state line, so... It shouldn't be too much of the way of guns you deal with. See? This is what I mean. I disappear for a couple of weeks, and you cut me out of all the action. Just the action that requires a brain. Ha, ha, ha. Ah, you're the funniest fella, John Marston. They're my folks, eh? You had your feet up the whole time, playing sick. Ah, I'm fondling that new scar. Think you're gonna buy a breakfast in the morning? You don't know what you're talking about. Stay close on this. Wouldn't want you getting scratched by a squirrel or something. They're left here, towards roads. What was I talking about? That could put you out of commission for the rest of the year. Why do you have to speak so much? It's... excessive. Also, I've still got some blood in me veins. You old bastards have forgotten how to live. I blame you two for rescuing them. Far too much trouble for what we got out of it. Wow, 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 wow. Boing. Die Kurve war dann doch ein bisschen zu eng. Wait, what's going on? Wait, damn you, tree. Sulky, angry, scar-faced. Slow down. All right, Baron, alas. So, we've locked the tracks with the wagon, then jumpin'. That's the plan. Pretty much. Here's good. Stop the wagon over the tracks. Whoa, he's up on them horses. Mr. Morse, Mr. Smith, Mr. McGuire. Get over there. When she slows, order. And you? I'm gonna make sure she slows. Let's do her time with you. I like it. You're moving. Here she comes. What's going on? I like it. Okay. Nice. Okay, haben wir das schon mal geschafft. Guten Tag, setz dich. Was ist das Problem hier? Oh, ey, sie ist schon recht brutal. Oh, ey, sie sind schon recht gut. Es läuft alles ein bisschen zu gut, finde ich. Ich kann dich nicht ausräumen? Warum nicht? Warte mal, muss ich auf die zielen, bis ich die ausräumen kann? Nein. Nein. Auch nicht. In die Schulter. In den Arsch. Oh, da ist noch einer. Ach, der ist da oben. Was? Den habe ich nicht gesehen, denn da oben. Kann ich nicht. Nein. 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 Jetzt habe ich den schön einen Headshot gegeben. Nein. Das ist das. Das ist das. Das ist das. kann ich nicht nehmen kann ja gar nichts nehmen ordnung ist das halbe leben wird freunde taschen uhr als kette schmuckbeutel 332 dollar ist ja nichts gar nichts die 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 Hey you fools, we got a whole lot less to lose. Why don't the two of you right away? That way neither you get killed. Goddamn blibberies. Eh? There's a few more to tour to nothing. Damn my big mouth. Okay, let's deal with them. Good night. Get out of here. Kill them all right. No, 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 no. Come on. Where are my friends? Come on. Bleibt aber stehen. Alter. Ich glaube, ich bin in die falsche Richtung geritten. Ich bin in die bleibe. Ich bin in die Bedeutung. Ich habe die Angst, aber es ist nicht mehr. Ich habe die Angst, aber es ist nicht mehr. Ich habe die Angst, dass sie aus dem Weg zu sehen. Oh, jetzt ist es die richtige Richtung. Halt. Sauber. Sauber. Oh, oh, oh. That was fun, boys. Real fun. We can see what they call you, the professionals in the outfit. Shut up. Please, we made some money. Hey, what did I get? Gotta be $100 here. Very nice. You weren't even invited. What now? We still need a real big tank. Enough for us to get out of here. Was that a set up? Law turned up real fast. I don't know. I don't think so, but I'm starting to get nervous. Think they followed us from Blackwater? Maybe. They found me already near Horseshoe, but I think this lie was just locals. I hope so. I'm gonna head into Valentine, see if I can get something started there. Good idea. Either way, we should all go it alone right now. You know the deal. Don't be followed. Of course not, boss. eine 177 dollar. So Freunde, wie es weitergeht immer bei der nächsten Aufnahme. Ich freue mich schon und ich hoffe es hat euch ein bisschen gefallen. auch wenn die lautstärke im game so war es von verdammt leise ist und ich weiß nicht warum guckt euch das an audio es ist komplett voll komplett und ich habe keine ahnung warum das so leise ist wenn jetzt ihr sagt ja das liegt daran weil hier stereo anlage ist ich hatte das feuer auf kopfhörer gehabt und oder headset gehabt und das war trotzdem so ultra leise keine ahnung vielleicht wisst ihr warum wieso weshalb das so leise ist in dem sinne wünsche ich euch noch ein schönes wochenende schönen samstag und haltet die unsteig bis dann tschüss